So ein wunderschönes Moment und meine Freunde willkommen zurück zu der Spare 2 Raider Ich hab das Spiel nochmal neu gestartet, den ganzen Gedönse, damit das endlich weiter läuft hier Und ich guck auch immer B, ne, weil ich momentan andere Spiele zog und das B nachladen Dafür muss ich mich ein bisschen umgewöhnen hier gerade WTF? Den kannst du schön behalten den Scheiß Dankeschön Stirb zum Penner, Dankeschön So Leichen durchsucht, da kommt das nächste Fein Na, 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 na Erwisch den Typen und er ist tot Aua, Junge, 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 Junge Ihr müsst nicht alles explodieren, nur weil ihr es könnt, müsst ihrs nur lange nicht machen Aua Ai, 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 stimmt Dankeschön, so Kopfschuss erstmal gegeben den Typen Erstmal richtig, den Typen haben wir es richtig gegeben Wo ist er? Da Na komm, da ist er Erwisch den Typen, nachladen Heiß, 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 aua, aua, aua Heiß, 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 heiß hier überall, überall heiße Scheiße heißer scheiß hier nach landen durch überlegt dass ich das jetzt doch lieber so mit guter laune machen weil ich versuche mich immer besonder zu schrauben weil er so ein bisschen oh gott in die irgendwie düstere laune rein zu versetzen was kann ich leider nicht tut mir leid ich werde jetzt immer so mit guter laune bei der zocken wie ich das halt immer mache so erstmal nach oben gott okay der Typ ist auf jeden Fall happy sieht er zumindest aus er sieht zumindest heavy aus aber ich glaube den wir auch so locker platt kriegen der erste ist schon mal matsch der erste schon mal matsch okay na lan jetzt angriffen na lan man komm warte wir haben ja noch andere waffen wir haben ja noch andere waffen akkfeuer hier na lan komm um die ecke angriff angriff hier attack attack von der side of life hier richtig heftig so wo war der der fette typ der irgendwo hier umgefallen ist da nein das ist ja nicht das ist ja nicht raus da raus aus dem Feuer der war glaube ich hier ne ne das ist auch nicht woher ist der fette typ eigentlich abgenümmelt wo ist denn der weil ich wollte gerade seine leiche plündern weil der hat bestimmt eine ganze menge schöne sachen dabei na das ist auch egal wir müssen jetzt irgendwie raus hier wir müssen jetzt irgendwie raus hier und ich würde mal ganz stark behaupten dass wir hier raus müssen na komm schon raus hier bloß raus sieht alles so ein bisschen doll verbrannt aus gerade so hier lang nicht okay dann reden wir hier unten weiter irgendwas ist gerade kaputt gegangen irgendetwas ist gerade kaputt gegangen ich habe keine ahnung was gerade und da ist schon wieder was kaputt gegangen da kommen wieder feinde erwischen erwischt ach so beide schon tot gut oh da kommen wieder alle okay die sind alle matsch so komm mal wer hoffe auf mich zu schien gefeich liegt komm her und kämpfe hier einen Mann na gut ich kämpfe hier auch gerade nicht wie ein Mann sondern eher als eine Frau so weiter nachgeladen ist alles gut da ist wieder der nächste da ist wieder der nächste da fährt ja jetzt schon wieder so ein fetter Typ hier ne ah die sind ja nicht schwer also die sind ja nicht unbedingt schwer guck den haben wir auch schon wieder ausgeschaltet weil so schwer finde ich die gar nicht also diese fetten Typen hier angriff okay da war ein Schrott das war gerade ein Schrott mit dem wir niedergemacht haben da ist der nächste eieieiei du bist ein fetter Typ hier eieieiei scheiße kommt wieder so ein Typ Schrott Schrott nachflittern ist nachgeladen ah hammer erwischt na komm mal her hier bitches so weggeschrotet erstmal den Typen hier voll krass Erfolg oder was natürlich ein Erfolg die haben auch schon lange auf sich warten lassen die Erfolge schwarze Witwe so ist der Erfolg natürlich ne also nicht falsch verstehen los alle findet die Auserwählte okay die gehört mir ähm okay also da oben ist ein Schrohtyp also mein mein Typen mit einem fetten Maschinengewehr oha und ich zerfick hier gerade eiskat meine Deckung eieiei immer schön aufpassen jetzt eieieiei das ist dann euer scheiß Problem hier kurz vorrücken aua eieiei ah Junge das tut auch weh das tut auch weh verdammt nochmal jetzt mal hier ran jetzt durch durch an die Front oh guck mal beinahe geschafft ohne getroffen zu werden beinahe also ich muss auch dazu sagen ich hab das gerade nur geraten dass wir hier lang müssen ich bin echt gerade nur geraten weil ich dachte mir Deckung von Deckung klingt logisch ne also so einigermaßen logisch zumindest oh jetzt weiß ich wo wir sind ähm ja ganz geil ich hab auch nix irgendwie wie ne Granate oder so ich hab auch wirklich gar nix in dieser Art warte wir können nachladen nachladen ähm nachladen warte mal können wir nicht jetzt von hier schießen irgendwie ah oh irgendwas gerade in Luft geflogen ich weiß zwar nicht was aber oh ran rüber und bam in your face bitch und jetzt nehmen ihn und machen platt bam bam oh kacke und wir sind wieder unten scheiße was ist das denn ähm ey das ist ein Granatwerfer what the fuck ach du scheiße geil shit aber warum war RB mit dem schießen oder schraubst du den jetzt unten ran geil oder komm komm ich will was cooles haben ich will was cooles haben oh yeah und schön unten rangeklebter Ding richtig geil jetzt haben wir einen Granatwerfer auf jeden Fall hammer mitnehmen alles mitnehmen und ich würde jetzt mal so wie es aussieht drauf schätzen dass wir jetzt hier so ach guck da müssen wir natürlich alles mal schön weggesprengt den scheiß so ganz fix erstmal mitnehmen alles hier mitnehmen die Leichen stirb stirb so mitnehmen mitnehmen Langfinger ah fuck warum hab ich gerade Langfinger bekommen bitteschön erwischt nein 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 komm hier nein nein den könnt ihr knicken hier flankiert mich hier nicht oh kacke da oben stehst du da warum steht schon wieder einer der auf mich der auf mich schießt man what the fuck ach du kacke den hab ich echt nicht gesehen also tut mir leid gerade mal ganz kurz das Maschinen ausgewählt hier können wir nicht RB schießen oder so können wir nicht irgendwie jetzt noch Granatenwerfer umrein ratzen oder was geht doch weiter höher genau noch höher what the fuck da hab ich gerade in die Decke geschossen der war echt dämlich mal ran hier geht doch hä auch nicht ey hier wollen wir doch alle trollen hier heute mitgenommen mitgenommen jetzt schießen wir den hier um erstmal geht doch geht doch warum hab ich das nicht gleich so gemacht da hätte ich mir echt eine Menge Munition erspart mit eine ordentliche Menge sogar er stirbt so er ist er ist immer noch nicht tot bitteschön sag mal die wird sich doch verarschen hier in dem Falle boom na erwischt so jetzt ist er tot jetzt ist er wirklich tot jetzt ist er wirklich tot nach oben und ja er ist Matsch er ist Matsch gut mitgenommen mitgenommen wie viel Munition hab ich jetzt verbraten ich weiß es nicht so jetzt nehmen wir jetzt mal fix die Pappkarn weil die ist halt enger Raum dann brauchen wir halt die Pappkarn ein bisschen mehr what the fuck okay jetzt hier und durchkriechen warum auch nicht und anvisieren kann ich auch gar nicht also wenn jetzt ein Gegner kommt bitte du warst von am Arsch und ich weiß gar nicht warum hat die den Granatwerfer nicht an der Schrot dran gemotzt das wäre auch bestimmt geil und hier wieder die Granatwerfer rückwärts rückwärts what the fuck eieieiei was war ach das scheiß Feuer hier bam nachladen nachladen nachgeladen ist gut Schrot ausgerüstet okay sie killt gerade welche sehr gut ich komme ich komme ich komme ich bin am Schlüssel hier gerade ich bin auf 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 mein ich bin auf way hier gerade ich komme rüber mitgenommen alles dabei gut weiter an die Front oh warte mal ich muss wieder durchsprengen mitgenommen so Pistole ausgewählt oder hier erschossen weiter geht es wo ist jetzt Sam Schilder hin wo ist die alte hingelaufen scheiße um ist der Feind um ist er noch ein Feind okay der ist auch much gut da ist wieder einer äh Wischung na na ich finde die gerade einfach so hammer ich finde die einfach so geil und wieder ein Erfolg also ey Leute also mit Erfolg kann ich mich gerade echt nicht beklaren aber wirklich nicht gerade also es läuft richtig gut gerade Pistole ausgewählt achso achso scheiße Pistole ist leer ne aber nehmen wir die Pumpgun ne dann würde ich mal sagen gehen wir ab hier mit der Pumpgun weg mit dir hier ich mag die Schnisch oh da kommt wieder eine ganze Menge an Leuten an also mitgenommen warte die nächste noch oh Gott hier Pumpgun Action damn here in your fucking face bitch so mitgenommen aua alter stirb stirb endlich hier meine Fresse es wird gerade ein bisschen heftig hier ich komme da ganz kurz irgendwo hin heiße weg mit dir fuck 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 rein 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 oh Gott der Fall war gerade echt knapp der mir vorbeigerauscht ist der war gerade echt beschissen knapp what the fuck gleich wieder Feuer hingeschmissen ey Idiot hin äh schrunk backfight hier ok irgendwo waren die Typen im MG warte mal wir haben ja hier heiße der war zu kurz warten 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 mitnehmen hier durch kurz vorrennen Radar-Antwürfe erwischt oder was hier nochmal rüber oh 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 der war behindert geschossen so irgendwo waren ja noch Feinde ne da boom so der ist Matsch der ist wieder Matsch hier so alles eingesammelt oder was ey na oh oh da geht es schon wieder ab hier ok der war dämlich ein bisschen hier noch meinen hin bitteschön boom also ich glaube die Gegner werden alle zu Gulasch hier ne also die werden richtig gerade hart alle zu Gulasch verarbeitet heute also heute ist richtig ein bisschen schlimm hier komm vielleicht nicht suchen hier ich brauche wieder ich brauche wieder diese komischen Dinger hier dankeschön so hier kurz rein Munition natürlich hier Munition natürlich so das war es auch schon wieder raus hier und wieder raus alles durch alles fertig hier alles tiptop ja ran hier mitgenommen dankeschön oh dankeschön ihr braucht mir noch nicht so viel hinterlassen hier danke Leute danke Munition Granaten im Überfluss gerade so sie ist da unten versuch freies Schussfeld zu kriegen die Outsiderin ist da unten ok weg hier ok der ok so weit kann ich nun gerade einfach nicht schießen und eindeutig hier lang diese Seite rüber übertreibt man nicht hier übertreibt doch mal alle nicht rüber so geschafft vorsichtig 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 und hier rüber komm schon komm schon weh 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 ok geschafft meine Deckung brennt hier gerade weg als kalt komm guber nach vorne na so what the fuck wo steht der MG-Tür überhaupt wo steht der denn und hier rüber Angriff vorwärts an die Front guber nach oben wir müssen nach oben langsam nach oben guber nach hoch jetzt komm schon hoch 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 genau so und warten jetzt Angriff bam fuck bam komm schon rüber hier meine Digga wollen einfach nicht ankommen die wollen denn einfach nicht ankommen die Granaten ach so die sind auch noch Feinde hab ich gar nicht gesehen gehabt na weil er war mal weggeratzt mit der AK hier wirklich ich hab ein Granat wer kommt denn da rauf so vielleicht oder was ja hier so läuft der Hase da wo ich herkomme so und runter so okay so mitnehmen hier alles erstmal dankeschön so was müssen wir jetzt machen ach ich würde mal sagen hier hoch genau ja mal fix rüber nochmal hier oben lang komm genau so noch ein bisschen mehr warte mal hier hier liegt doch eine Leiche da müssen wir jetzt mal plündern 1326 haben wir schon hammer geiler Scheiß auf jeden Fall wieder rüber zack wir sind schon wieder hier und ähm ähm ach so ach so ach genau man ich seh das doch gar nicht ne ich achte irgendwie gar nicht mehr drauf ich achte immer so auf diese weißen Metalldinger wo man da lang klettern muss darauf achte ich momentan immer so ein bisschen und runter hallo bist du Feind oder Freund oh was frage ich denn auch noch die wollen mich ja alle töten hier was frage ich denn immer noch oh hier ist eine ganze Menge explosiver Scheiß gerade rüber geschafft natürlich immer wieder geschafft wir haben ja mal kurz fix rüber jump hin x rander rüber 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 und hoch hier genau so und geschafft und natürlich war ich natürlich auch schon längst verpisst warum auch nicht und jetzt hier weg warum nicht den Helikopter hallo der ist doch unsere Rettung hier na gut dieser scheiß Himiko Gott Geist irgendwie macht ja alles kaputt was in der Luft ist und ich würde mal sagen laufen 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 ach du kacke ey der Kuck hinter uns ist gerade nur ein bisschen in der Luft rumgeschwebt und da kam gerade eine verdammte Menge Blut also hier den machen den machen den machen oh wieder schon wieder so laut hier schon wieder alles so laut und BÄM so jetzt bloß hoch hier rennen 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 jumpen 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 also über Explosionen kann man sich eigentlich nicht beschweren ach du Scheiße und hier runter eieieiei und da nochmal durch ich hätte überall blaue Flecken ich kann mich nicht mehr bewegen mir wird alles wehtun warte die Stürme es ist so gefährlich rauf verdammt oh hier die ganze Menge TRT rum hier liegt wirklich eine ganze Menge TRT rum bloß raus hier ganz schnell raus hier so wo lang jetzt hier bestimmt rum genau dann mal hier hoch wieder und dann einmal hier ran jumpen what the fuck ok warum nicht also hier also sie kommen überall da lang wo man eigentlich nicht mitrechnet ok also ich meine ich denke mal die landen da aber dabei lande ich ganz woanders also das ist gerade das Konfus hier genau ran auf nach oben komm schon ran damit nach oben ran damit nach oben ach du Scheiße ich würde mal sagen das geht alles kaputt hier ein bisschen ok ein bisschen mehr Explosionen bitte ein bisschen mehr äh keine Ahnung irgendwie reden oder so also hier explodiert ja wirklich jeder Scheiß und das finde ich gerade ein bisschen komisch so rüber weil die anderen 2 bei der Spiele die waren ja irgendwie nur mit Rätseln und hier what the fuck xxx die sind ja hier alle irgendwie nur mit Explosionen gerade ich freue mich jetzt schon auf das nächste Spiel also noch mehr explodieren kann dann wirklich nicht genau jetzt mal hier rüber dann mal rauf hier x ran damit also rüber oh ok das Ding steht immer noch da das müsste jetzt aber eigentlich brennen und verdammt heiß sein genau so rüber x ran damit genau ach du Kacke x x x mal ein bisschen rüber und jetzt nochmal hoch hier x ran damit nach oben komm schon komm schon Lara komm schon hoch da hoch 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 roh 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 wo bist du ich bin hier da los spring du schaffst das ach du scheiße wir sind wieder unten kacke wären wir doch nur gesprungen oh jetzt aber jetzt mal komm hier mitten auf den Schamm und do fuck ati ko da das war knapp gerade also mit den колotolblättern also wenn die noch ein bisschen weiter zu mir gekommen wären dann wäre ich match aber richtig match Wir müssen landen, oder der Sturm bringt uns zum Abstoß. Wir können nicht weg. Wir können sie nicht zurücklassen. Wir müssen landen. Keine Chance. Zieh mal nach draußen. Wir können sie nicht zurücklassen. Ich hab's kaum bis hierher geschafft. Runter! Er fällt auseinander. Na los! Scheiße! Sie sind verrückt! Es geht los! Und wir sind wieder gelandet. Es geht los! Lara! 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 Na komm, Lara! Na komm schon! Los! Da bist du ja. Da bist du! Na komm! Los, Lara! Da sind sie! Nein! Nein! Ron! Ron! Ich schaff das doch nicht ohne dich. Tut mir leid, Lara. Tut mir leid. Du schaffst das. Du bist eine Kraft. Du bist eine Klasse! Du schaffst das nicht ohne dich! Du schaffst das nicht ohne dich. Du schaffst das nicht ohne dich. Das ist das! Du schaffst das nicht zu defense. Ich will den Druck aufnehmen. Du schaffst das nicht ohne dich. Doch. Nein! Ist das okay, Lara? Ob sie okay ist? Es geht hier immer nur um Lara. Na klar. Hast du vergessen, dass wir wegen ihr hier sind? Das ist nicht fair, Reyes. Du hast recht. Hätte ich nicht sagen sollen. Es ist nur...Roth. Was sollen wir nur ohne ihn machen? Lasst uns einen sicheren Ort finden und etwas vorbereiten. Er starb als Krieger. Und so soll er von uns gehen. Das alte PT-Boot am Strand. Das sollte ich wieder hinbekommen. Naja, also...Versuch es wert. Es würde nichts nützen. Wir können die Insel nicht verlassen. Komm schon, Lara. Sag doch sowas nicht. Wir sollten jetzt gemeinsam sowas wie einen Plan spielen, okay? Ihr versteht es einfach nicht. Keiner von euch. Irgendetwas lässt uns nicht gehen. Etwas? Lara, du solltest schlafen. Ich gebe ja zu, dass mich seltsame Dinge besonders interessieren. Aber dieser Ort ist einfach zu viel. Ich verrecke nicht hier. Ich repariere das Boot und dann fahren wir. Du weißt, dass hier etwas nicht stimmt, Jonah. Ich kenne dich doch. Alles, was ich weiß, ist, dass Logik an diesem Ort nicht zählt. Du denkst, deine Instinkte sind eine Schwäche. Aber sie stärken dich. Vertrau ihnen. Wir brauchen dich. Der große Mann hat recht. Gebt dir etwas Zeit. Okay? Du weißt, wo wir sind. Komm runter, wann du willst. Ohne dich gehen wir nirgendwo hin. Ohne dich gehen wir. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Niemand geht. Die Stürme. Sie gehören zu der Macht der Sonnenkönigin. Sie verhindert, dass wir wegkommen. Im Kloster gibt es eine Ritualkammer. Wenn die Sturmwache sie beschützt, dann muss die Lösung, wie man die Stürme stoppt, dort drin sein. Ein versteckter Flusszugang. Das Boot. Damit kommen wir zwar nicht weg von hier, aber es kann uns zur Ritualkammer bringen. Okay, ich will mal sagen, das klingt dann nach einem Plan, aber das machen wir dann in der nächsten Folge, oder? Okay, wir haben schon wieder keinen Kontakt zu den anderen. Ja, das hätten wir machen sollen. Jetzt sind wir wieder alleine. Und taktische Pistole. Neue Ausrüstung erhalten. Wir haben genau die hier. Das ist die von Russell, glaube ich. War das, glaube ich, wirklich die hier? Aber ich würde auch mal sagen, wir werden jetzt mal die Folge von Let's Play Tomb Raider weitergehen. Natürlich in der nächsten Folge. Bis dann. Haut rein. Auf Wiedersehen, meine Freunde. Tschüss.